Nämlich kommen wir jetzt zu Bowsers Dank Rave. Ich warte da schon seit... Ich hab mir gedacht, das müssen wir bis zum Ende aufbewahren. Neben Vegeta-Kart halt. Weil Vegeta-Kart wird nochmal ne... Ne? So. Das Ganze hier nennt sich Bowsers Dank Rave. Und offenbar spielen wir Rosalina. Mit Peach Sounds. Okay, that's the normal stuff. Ich mein, da war ne Röhre. Aber ich will... Ich will mal ne... Ich tu euch mal den Gefallen. Oh mein Gott. What the fuck? Da ist so ein Regenbogenstern. Pingus. Das würde Rheok gefallen. Ist zum Glück überhaupt nicht laut. Meine Güte, spring doch richtig. Spring richtig oder ich skinne dich lebendig. Hier hin. Danke. Regenbogenstern. Regenbogenstern. Es gibt hier noch mehr. Wow. Purple Rave Galaxy trapped. Oh, was ist... Steht da einfach nur... Ein... Ein Ball aus Lava. Oh Gott, es ist die... Es ist ne Midi-Version von Spongebob's Jelly Song. What the fuck? Trapped. Kann ich hier unendlich nen Wall Jump machen? No. Ja, das ist Spongebob. Definitiv. Es ist schwer so dicht beieinander. Oh. Das war gar nicht mal schlecht. Okay, wieso heißt das Ganze denn Bowser's Tank Rave? Ich meine, das mit dem Rave... Das mit dem Rave habe ich jetzt auch verstanden. Alter, und warum... Peach rennt so komisch? Alter, why? It's not... Bulli, hä? I just... Keep dying. Gehört das so? Musicland. Reds. Pingus. Ah, ja. Warum sterbe ich jetzt dauerhaft? Ich hab... Ich krieg meine Energie nicht wieder. Ich spawner und sterbe. Was ist das für ein Bullshit? Ich spawne und sterbe. Was ist das für ein Bullshit? Ich fühl mich grad... Ja, okay, zurücksetzen. Ja, fuck you. Und ich will gar nicht das Original von dem Bild sehen. Okay. Nö, in Dark Souls hast du ja wenigstens noch eine Chance. Aber das eben gerade war Bullshit. Was ist jetzt hier? Oh, did I win? Ah. Okay. Okay. Okay, dann. Wieso hab ich das Gefühl, dass ich sowas generell erwarten muss? In so einer Art von Romhack. Just... Just... Oh, ja. Geile Welt. Love this world. This is... Dice Random Lava. Bro, why are you running in a rave? Cool, why are you acting like you're a period? Bitch, you're killing my vibe. Bitch, you're killing my vibe. Bitch, you're killing my vibe. Oh, well. You can't have for it, but I tell you. You're a Pingus. Ah, so Pingus is... ...fucking... ...Lava. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage in meinem Leben. Alter. This is... ...so fucking weird. Ich kann nicht sehen, wo der Bomb-Omp anfängt, ist das Problem. Ah, fuck. Pingus is Lava. Ach, setzen wir wieder den Scheiß-Bomb-Omp seine HP hoch, oder was? Ach, ja. Immerhin ist die Musik jetzt hier besser, als das, was wir da vorher gehört haben. Oh Gott, er hält sogar noch mehr aus. Sechs Treffer. Oh mein Gott, ja. Riveting Gameplay. It's like, welcome to the game, too. How many fucking hits do you take? Ich kill deinem mehr, als nur dein Vibe. Are you fucking... ...serious? Meine Güte, wirklich? Wirklich? Really, mate. Über 35? Okay, ich bin weg. Tschüss. Das ist mir zu blöd. Okay. 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 Das ist mir way too stupid. Vor allem, ich hab diesen einen mit dem Walljam, weißt du, da bin ich super stolz drauf gewesen. Und dann war mal so, nö, bist du doch nicht voll scheiße. Oh, Bitches, gut. Hab ich jetzt wieder keine... Ich hab wieder keine Energie. Stars, ich würd' ja gern mal... Wisst ihr, ich würd' ja gern mal irgendwas sehen, nö, in diesem Rom-Hack. Ist das... Gehört das so? Gehört das so, dass man sich denkt, ja geil, lass mal so machen, dass... Nö? Kriegst keine Leben wieder hier. Fuck you. The darkest of Wraves. Ich ignoriere jetzt mal die Sterne. Und guck mal. Aha. Was ist passiert, wenn wir hier einfach runterfallen? Vor... Ey, der Hintergrund ist mir jetzt erst aufgefallen. Oh, endlich sehen wir mal was anderes. Und es ist einfach eine MIDI-Version von Let It Go. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Let It Go ist. Und ich weiß nicht, ob das gesund ist. Da oben ist was. Da oben ist ein Röhr. Ich weiß nicht, sie klingt aber so angewidert, wenn sie irgendwo gegenfällt. Okay, Yoshi hat ein Dank Rave. Yoshi ist super Dank, super Ravy. Das ist scat, man. Ey, warum Sanae? Was hat Sanae damit zu tun? Alter. Vor allem Smog Sanae. Sie guckt einfach nur so in den Mund. In der Zwischenzeit haben die Yoshis hier einfach einen Anfall. Wie hoch geht dieser fucking Tower? Oh, boy. Geiles Map Design. Moment, den Hintergrund. Chat. Don't you dare. Und das kann ich nicht erkennen. Das ist zu groß. Wie hoch geht der Scheiß hier? Oh, da sehe ich was. I'm scared, man. Andy, fuck you. Habe ich jetzt wieder? Okay. Nö, komm, wir gehen zum zweiten über. Wir sind schon wieder tot, basically. Okay. Okay, dann. Okay, dann. Es geht wieder los. Was? The Illuminati MP4 Whaaat? Lava, lol Ja, mhm Whaa Spaceman64 Warum hat das denselben Glitch? Was soll denn der Bullshit? Ist das ein Glitch? Gehört das so? Warum sollte man das so programmieren, dass wenn du einmal stirbst, dass du unendlich stirbst? Seems retarded to me The Ich geh jetzt mal Ne, warte Hä? Jetzt for serious, gehört das so? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand saß und sich gedacht hat, weißt du, ich hab voll die Idee Es gibt aber auch keinen anderen und wenn ich den hier nämlich wiederhole, oder versuche zu holen, sterbe ich ja bei Ne, okay, nicht ganz I am a pest Vor allem jetzt Hä, es gibt hier keinen anderen Weg Es sei denn, okay, es sei denn, ich springe einfach runter Oh nein Oh, oh mein Gott Ich klicke auf den Stream und da sind nur Illuminati drei Ecke WTF Oh, Strap for Life, vielen Dank für deine Verfolgungspende Vielen, vielen Dank Okay, ne, wisst ihr was, wir setzen nochmal zurück Genau das meine ich auch Weil jetzt Jetzt weiß ich, wie ich den Tod hintergehen kann Jetzt weiß ich, wie ich den Tod hintergehen kann Fuck you Ähhhhw Vor allem die Musik Alter, nicht meine Musik Alter, vor weiter Ja komm ich möchte wenigstens Genau easy Das ist einfach Regenbogensterne Achso dann starte ich wieder hier Spaceman Fiense Alter Just what the Flying fuck Guck mal da gibt es auch noch einen Stern für umsonst Alter Wenn man da alle findet dann gibt es auch noch einen Satz Are you serious Also es gibt Das soll doch noch Sinn ergeben Ich weiß nicht was mich da mehr verstört An der ganzen Sache Dass die Welt Barbie ist Ich bring mich hier um fuck this Das ist wieder let it snow Nur das ist The floor is lava Ich speichere mal kurz Ach the floor is doch nicht lava Okay The floor is only vice Und überall sind so Nudeln Fuck Schon wieder Sanai Und Skatman Und wir sind wieder in Illuminati Land Das ist weird Das ist weird It's white Es ist einfach das weißeste Weiß was du finden kannst Das reinste Aller weiß Und im Hintergrund spielt fucking Midi von let it go Das ist ja Und man spielt To dead Eigentlich sollte ich nicht mehr fragen Wie jemand auf diese Ideen kommt Oder was man dafür genommen haben muss Weil offenbar tot ist Hier auch Leben Es ist im Grunde das Und back to smug Sanai Und Skatman Wieso Ich mach das jetzt so Haben diese Romhacks irgendwie ein Ende Wir gehen mal zum dritten Teil über Das ist gerade Zu viel für meinen Kopf Ja ich hab's begriffen Ja ich hab's begriffen Wir sind wieder To dead Okay Diesmal haben wir einfach nur Spongebob Meme gekriegt Diesmal haben wir einfach nur Das war einfach nur Spongebobble Just Spongebobble Oh man oh man Immer noch diese Musik ey How are you doing today My name is toad Nice hot sack Wieso hab ich das Gefühl Als ich gleich meinen Stream Channel verliere Das ist der epic sex guy Das ist der epic sex guy Alter That's some hot sex You know Selbst der Hintergrund Hat nicht schon wieder Barbie It's literally Es ist genau das Oh mein Gott Das ist sogar Mach es weg I'm stuck Fuck I'm fucking Vor allem was ist mit den Bäumen Was ist das Oh man Ich gehe einfach mal weiter Wehe das dritte Level ist auch schon wieder Fucking let it snow I will fucking hang myself Barbie Your waifu is shit An amazing star Steht er die ganze Zeit nur Your waifu sucks Und dazu Creepy Hintergrundgeräusche Was ist das für Musik Was ist das für Musik Und wir sind wieder bei Nice hot sex Kommt es mir nur so vor Oder hat der dritte Teil Irgendwie noch weniger Inhalt Als die anderen Wir gehen zum vierten Wir gehen zum vierten Weil man sich gedacht hat Es ist noch nicht genug Wir brauchen vier davon Konnichi Okay Können wir das mal ganz kurz Auf uns wirken lassen Können wir das ganz kurz mal Auf uns wirken lassen Vor allem ich höre Schritte Ei 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 Kokosauce, danke für die 5 Euro Spende Ich hab keine Ahnung Wieso, hier sind nur Gesichter von irgendeinem Dude Nice Star Textur Ich hab 120 Sterne Ich bin durchs Illuminati gefallen Sunshine.png 33 Ah, es ist wieder weiß Das Spiel Okay Was ist das jetzt hier denn Warum bin ich pink Ich hab an sich nix gegen pink, aber Es ist merkwürdig, sagen wir es mal so Habe ich ein Romhack jetzt Einfach durch Regret.jp Okay, jetzt kommen wir in deep Territory Alter, what? Was ist das für eine Textur hier? Lass mich raten, den muss man auch irgendwie 30.000 Mal treffen Ja, ich bin mal weg Ist das nächste Level jetzt wieder Smug, Sanae? Vor allem wie kann man hier 120 Sterne haben Alter Es ist schon wieder Smug, Sanae Und Skatman Warum ist es immer Smug, Sanae und Skatman Mit fucked up Kamera Give that D Give that D Give that D Fuckin' kill me Please Kill me and destroy me Last Impact has a super good camera Oh man Oh Gott Ja Das Schlimme ist Schlimmer kann es nicht werden Wir haben nur noch 5 Wir haben nur noch 5 Was kann jetzt uns noch passieren? Konnichiwa Oh mein Gott Es ist dasselbe Du isst mich, Luigi Und das Wasser ist gedraint Warte mal Was ist dann Lol Das ist das ganz normale Level Nur Reskinned Ok Ich kenne auch die Kanone Ne, komm Was kann uns jetzt noch passieren? Come on Was kann jetzt noch kommen? Let it snow Hi there My name Is To Was 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 ist das? Ja, okay Was ist Ich glaube ich mache einfach die ganze Zeit den Fehler Ich versuche hier daraus schlau zu werden Konnichiwa Ok Konnichiwa ist Not available Ist das tatsächlich mal ein Level Wo ich nicht sterben kann Bis zu sagen Wo ich sterben kann Aber nur auf Atmen Und weiß wie ich nicht möchte Ich meine So kann ich sterben So ist das ja nun nicht Ne Was ist das für ein Level Ey Das ist so fucked up Shit Kann ich hier Oh, da kann ich sterben I think Ne, das ist Wand Das ist Wand Wieso ist das Wand? Es ist mir hier nicht vergönnt Zu sterben Es geht hier nirgendwo in den kalten Tod Nirgendwo erwartet Der fröhliche Tod auf mich Es geht nur immer höher But why What does it mean? Und ist das hier tatsächlich ein Ein richtiges Level? Soll das tatsächlich ein richtiges Level sein? Okay Ich will doch da jetzt Ich will eigentlich nur noch irgendwie sterben I just want to die Mal gucken, ob es überhaupt noch andere Level gibt Ich bezweifle es ja Weil das hier mittlerweile ist I totally lost everything Ich habe wirklich sämtlichen Sinn hier dran verloren Mittlerweile möchte ich nur noch sterben Just want to die Weil man kommt hier irgendwie nicht wirklich raus Und die Musik geht mir ehrlich gesagt Langsam auf den Geist Toastbrot So, die Hi Okay, jetzt wird es langsam nur noch lächerlich Factory Star Road isn't the best Und lass mich raten Das nächste ist jetzt wieder Smug Sanae Und irgendwie in jedem Hack ist es das Der Fall, dass wenn du stirbst, dass Ja Wisst ihr was? Wir gehen zum letzten für heute I just can't I just can't I can't anymore